Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Studierende. Mein Name ist Jakob Eisemann und ich freue mich, dass ich Sie und euch heute Abend im Namen der Kripo hier willkommen heißen kann. Im Namen der Kripo, einer studentischen Gruppe für Kritik und Psychoanalyse hier in der Internationalen Psychoanalytischen Universität, begrüße ich Sie und euch herzlich zu der fünften Veranstaltung unserer aktuellen Vortragsreihe Gegen den Wahn. Wir veranstalten die Reihe in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Psychoanalyse und Kulturtheorie, einem noch jungen gemeinnützigen Förderverein, der auch die Zeitschrift Signorelli herausgibt und sich über ihr und euer Interesse und neuen Zuwachs sicherlich freut. Unser Dank gilt außerdem dem Sturer und den Freunden und Förderern der IPU Berlin, deren finanzielle Unterstützung die Organisation unserer Vortragsreihe ermöglicht hat. Ganz besonders begrüße ich unseren heutigen Gast, Thorsten Fuchshuber, der für den heutigen Abend aus Brüssel angereist ist. Thorsten Fuchshuber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Centre Interdisciplinaire d'Études de Religions-Réligion et de Laïcité an der Université Libre de Bruxelles. Außerdem ist er Journalist. Zudem ist er Autor von diesem Buch, Records, kritische Theorie der Bandenherrschaft, das 2019 im Saira-Verlag erschienen ist und er hat gemeinsam mit Judith Frischman dem Band Samuel Hirsch, Philosopher of Religion, Advocate of Emancipation and Radical Reformer herausgegeben, 2022 bei De Grita erschienen. Eingeladen haben wir Herrn Fuchshuber aufgrund seiner jüngsten Veröffentlichung zum Vortragsthema einem Aufsatz mit dem Titel Der Genuss am Judenhass über den Zusammenhang von Antisemitismus und Narzissmus. Erschienen ist dieser Aufsatz in dem von Stefan Griegert herausgegebenen Sammelband Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart Erscheinungsformen, Theorien, Bekämpfung bei NOMOS 2023, also letztes Jahr erschienen. Und diesen Sammelband, empfehlenswerten Sammelband, kann man auf der Website des Verlags als E-Book kostenlos heruntergeladen. Darauf hat Herr Griegert, der wiederum vorletzte Woche bei uns zu Gast war, freundlicherweise hingewiesen. Bevor ich das Wort nun an Thorsten Fuchs übergebe, möchte ich aus aktuellem Anlass noch ein paar Worte vorweg verlieren. Dass Antisemitismus und Bildung sich nicht widersprechen, ist nicht erst seit letzter Woche bekannt. Dass wer akademisch gebildet ist, trotzdem dumm oder grausam sein kann, ist ebenso wenig eine Neuigkeit. Vor und nach 1933 war es die deutsche Studentenschaft, die sich bereitwillig zur intellektuellen Speerspitze des Nationalsozialismus erhob und auch die landesweiten Bücherverbrennungen organisierte. Jene Freudenfeuer, mit denen zugleich der Siegeszug der Nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und die Auslöschung des sogenannten jüdischen Ungeists an den Universitäten zelebriert wurde. Ab 1967, nach dem Sechstagekrieg und 1982 erneut im Zuge des Libanonkriegs, waren es dann linke studentische Gruppierungen, wie etwa der SDS, die im Deckmantel des Antizionismus und im Namen des Völkerfriedens gegen Israel als langen Arm des westlichen Imperialismus mobil machten und Parolen wie die vom israelischen Faschismus und zionistischem Völkermord skandierten. Und heute? Freitagnacht vor einer Woche wurde ein jüdischer Student der FU Berlin von einem muslimischen Kommilitonen auf offener Straße unvermittelt angegriffen und durch Schläge auf den Kopf so schwer verletzt, dass er an den Folgen fast gestorben wäre. Und das nur, weil er es in den Wochen und Monaten davor gewagt hatte, sich dem Engagement des antisemitischen Mobs an seiner Universität offen entgegenzustellen. Gestern versammelten sich dann vor der FU erneut die üblichen Verdächtigen, um ritualhaft von einem Genozid in Gaza zu pöbeln, aber natürlich nichts von einem antisemitischen Angriff wissen wollten. Ebenfalls gestern sollte an der HU die zweitägige Konferenz der Hurti School Constitutional Challenges, Judging Under Pressure mit einem Panel eröffnet werden, auf dem unter anderem auch die israelische Verfassungsrichterin Tafne Barak-Eres sprechen sollte, die sich bekanntermaßen in Israel gegen die Justizreform der Netanjahu-Politik engagiert. Nachdem sogenannte pro-palästinensische AktivistInnen die Verfassungsrichterin antisemitisch beleidigten und niemand außer sich selbst zu Wort kommen lassen wollten, wurde die Veranstaltung abgebrochen. Die jeweiligen Stellungnahmen der Universitäten, wie auch die der Berliner Wissenschaftssenatoren, nach diesen Ereignissen offenbarten nur, was seit dem 7. Oktober statusgruppenübergreifend und insbesondere von Jüdinnen und Juden als unerträglicher Zustand an deutschen Universitäten wiederholt kritisiert worden ist. Die Unfähigkeit, das Übel beim Namen zu nennen und es entschlossen zu bekämpfen. Und auch das ist natürlich nur eine Widerspiegelung des Zustands auch an amerikanischen Eliteuniversitäten etc. Anders als der Wahn des Psychotikers drängt der antisemitische Wahn zur Tat, zur gewalttätigen Veränderung nicht nur der inneren, sondern gerade auch der äußeren Realität. Aber erst in einem Klima des Schweigens, der Anteilnahmslosigkeit und der falschen Neutralität, die dem Antisemiten stilles Einverständnis signalisieren, wird dieser letzte Schritt zur Tat auch denk- und umsetzbar. Letzte Woche war hier der israelische Psychoanalytiker und Historiker Eran Rollnik zu Gast und hat zur Frage des Antisemitismus aus psychoanalytischer Sicht gesprochen. In seinem Vortrag, den es bald auch online nachzuhören geben wird, wie die hoffentlich meisten anderen Vorträge in dieser Reihe auch, streifte er mit einem kurzen Fallbeispiel auch das Thema, um das es heute Abend ausführlich gehen wird. Die Lust am antisemitischen Wahn. Rollnik zitierte einen seiner Patienten, der vor einigen Jahren wegen eines manisch-psychotischen Anfalls in stationärer Behandlung gewesen war. Und da sich dieses Zitat als Überleitung zum heutigen Vortrag meines Achtens sehr anbietet, möchte ich das hier noch einmal wiedergeben. Dieser Patient habe also zu ihm, so Rollnik, Folgendes gesagt. Ich vermisse meine Psychose. Es war traumhaft, eine herrliche Zeit. Ich meine es ernst. Nichts in dieser Welt, nichts. Weder das Studium noch die Liebe erfüllte mich mit so viel Kraft und Zuversicht, wie es damals die Psychose getan hat. Wenn du verrückt bist, fühlst du dich an dein inneres Kind gebunden. Zugleich aber bist du unheimlich stark, was du als Kind nie fühlst. Kindlich und stark, so eine Kombination verspricht mir nur die Psychose. Ja, und mit diesem Zitat möchte ich das Wort gerne an Thorsten Fuchs übergeben. Vielen Dank für die gute und sehr passende Einleitung. Und natürlich auch für die Einladung möchte ich mich sehr bedanken in dieser schönen und wichtigen Veranstaltungsreihe, gerade jetzt zu der Zeit, obwohl ja die Planung stattgefunden hat, lange bevor dem 7. Oktober. Es heißt, dass auch der Titel, den ich gewählt habe, Antisemitismus und die Lust am Wahn, keine unmittelbare Reaktion auf den 7. Oktober darstellt. Aber natürlich haben die Taten der Hamas, des islamischen Dschihad und ihres Gefolges den Zusammenhang aufs Grausamste verdeutlicht. Es fällt mir schwer, angesichts der schrecklichen Bluttat, dieser schrecklichsten Bluttat, die seit der Shoah an einem einzigen Tag an Juden und Jüdinnen begangen wurde, eine Form zu finden, über das für den heutigen Abend vereinbarte Thema zu sprechen. Weil ursprünglich war eben gebeten worden, dass ich eine Einführung in den psychoanalytischen Beitrag zur Kritik des Antisemitismus gebe und dabei insbesondere auch über den Zusammenhang von Antisemitismus und Nazismus zu sprechen komme. Ich würde versuchen, dem einigermaßen gerecht zu werden, will aber auch gucken, dass ich den 7. Oktober und dem, was den Menschen an diesem Tag zugefügt wurde, nicht aus den Augen zu verlieren und zumindest eine Spur davon zu geben, was es eigentlich bedeutet, wenn man sich mit der Lust am antisemitischen Wahn konfrontiert sieht. Ich muss noch kurz was in eigener Sache sagen. Sie hören es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin relativ erkältet. Ich dachte eigentlich gestern, ich bin über dem Berg und heute ist es wieder sehr viel schlimmer geworden. Also Sie müssen leider ein bisschen nachsichtig mit mir sein. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen öfters als normal zum Wasserglas greifen müssen. Obwohl ich also versuchen werde, das anfangs versprochene Programm zumindest ansatzweise einzuhalten, habe ich mich entschlossen, meinen Vortrag umzubauen. Statt eine Übersicht über verschiedene Schlüsseltexte des psychoanalytischen Beitrags zur Kritik des Antisemitismus zu geben, werde ich mich auf den Grundlegendsten dieser Texte beschränken, nämlich Sigmund Freuds, Mann Moses und die monotheistische Religion. Ausgehend davon möchte ich dann auf den Zusammenhang von gesellschaftlicher Triebökonomie und antijüdischen Pogromen eingehen. Und danach soll es dann darum gehen, was Narzissmus mit Antisemitismus zu tun hat, ehe ich dann zu einem Resümee komme, verbunden auch mit der Frage, wodurch sich hinsichtlich des Antisemitismus die Grenze psychoanalytischer Erkenntnis bestimmt. Und ich werde dabei auch immer wieder auf den 7. Oktober und die Taten dann zurückkommen. Der leitende Gedanke der nachfolgenden Überlegungen ist, dass der Antisemitismus eine zentrale Funktion im psychischen Haushalt von Antisemiten erfüllt, ihnen einen psychischen Gewinn verschafft, auf den sie keinesfalls verzichten wollen und der sie gegen jede Kritik auch immunisiert. Und dieser psychische Gewinn, der kann eben auch so beschaffend sein, dass es sich als Form des Genießens und geradezu lustvoll manifestiert. Zu Freilzmann Moses, der wurde ja kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen, dieser Text, und er ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Er leitet die Umstände der Stiftung des Judentums historisch her und präsentierte es als monotheistische Religion, deren Gott, wie Freud sagt, zeremoniell und Opferdienst verschmähte und nur fordere, dass man an ihn glaube und ein Leben in Wahrheit und Gerechtigkeit führe. Zitat Ende. Es geht also um eine Religion, die keinerlei psychische Kompensation beinhaltet, wie sie Opferrituale oder sonstige magische Zeremoniale versprechen. Zugleich ist es eine Religion, die mit ungeheuren ethischen Anforderungen an ihre Mitglieder verbunden ist. Hieraus leitet Freud dann einige Wurzeln des christlichen Antijutaismus ab. Erstens der Neid der Christen auf den Stolz der Auserwähltheit des Judentums. Daran sind dann, wie Sie wissen, so antisemitische Wahnvorstellungen wie die Verschwörung der weißen Funktion geknüpft. Zweitens die Weigerung der Juden, die Erlosungsbotschaft des Evangeliums anzuerkennen. Freud geht davon aus, dass ein Mord am später vergötterten Urvater, den Monotinismus, zugrunde lag. Im Christentum werde jedoch nicht die Mordtat erinnert, sondern deren Sühnung fantasiert. Die Schuld also, die von der jüdischen Religion in der nachträglichen Vergötterung des Vaters festgehalten bleibt, wird von den Christen verdrängt. Daraus entwickelte sich Freud zufolge der Vorwurf gegenüber den Juden, Gott gemordet zu haben. Sie selbst sahen die Christen von diesem Vorwurf befreit, denn sie hätten den Mord dank Christus ja gesühnt. Und dieses antisemitische Motiv wurde dann historisch vielfach variiert, genau, und dann mit dem Vorwurf Christus getötet zu haben. Schließlich erwähnt Freud die erzwungene Abkehr vom Polytheismus und deren Ersetzung durch die monotheistische Vaterreligion als Wurzel des Antisemitismus. Sie kennen bestimmt alle das berühmte Zitat, Sie, die getauften Juden, die Getauften haben den Kroll gegen die neue, ihnen aufgedrängte Religion nicht überwunden, aber sie haben ihn auf die Quelle verschoben, von der das Christentum zu ihnen kam. Judenhass ist im Grunde Christenhass. Und wie man hinzufügen könnte, Hass auf die Herrschaft, die mit dem Christentum verbunden ist. Ein ganz wichtiger Zusammenhang, der sich aus dem von Freud benannten Opferverzicht im Judentum ergibt, wird allerdings vielleicht nicht ausreichend deutlich bei Freud. Zwar widmet er es in seinem Aufsatz dem Triebverzicht, der von der jüdischen Religion eingefordert wird, ein ganzes Kapitel. Er geht aber nicht explizit auf die Zumutung ein, die dieser Verzicht des Judentums für die Christen bedeutet. Die Opferhandlung verschafft sowohl die Möglichkeit zur schnellen Triebabfuhr in der Gewalthandlung, als auch die Vorstellung, dass dadurch eine Schuld gesöhnt und abgegolten werden kann, nicht mehr ausgehalten werden muss. Während das Judentum auf das Opfer verzichtet und allein gemäß dem göttlichen beziehungsweise väterlichen Gesetz lebt, stellt das Christentum demgegenüber einen Rückfall dar. Dort steht das Opfer Christi im Mittelpunkt. Was Triebverzicht bedeutet, führt Freud in der Mann Moses ebenfalls aus. Ich zitiere, wenn das Es in einem menschlichen Wesen einen Triebanspruch erotischer oder aggressiver Natur erhebt, dann ist es das einfachste und natürlichste, wenn das Ich diesen Trieb durch eine sexuelle oder aggressive Aktion befriedigt. Ein Verzicht auf diese Befriedigung durch äußere Hindernisse hätte dauerhafte Unlust zufolge, wenn es nicht gelingt, die Stärke dieses Triebes selbst durch Energieverschiebung herabzusetzen. Daher wird im Laufe der individuellen Entwicklung ein Anteil der hemmenden Mächte der Außenwelt verinnerlicht. Es bildet sich kurz gesagt das Gewissen oder das Über-Ich aus. Der Antrieb für den Verzicht entspringt nun also auch aus dem Inneren. Das heißt, da stellt eine Art auch Ersatzbefriedigung dar, die als Lustgewinn erlebt wird. Das Ich schreibt Freud, das Ich fühlt sich gehoben. Es wird stolz auf den Triebverzicht wie auf eine wertvolle Leistung. Den eigentümlichen narzisstischen Charakter dieses Stolzes habe das Gefühl erst annehmen können, nachdem die ursprünglich äußere Autorität selbst ein Teil des Ichs geworden war. Freud betont hier nicht nur das dem Opferverzicht innewohnende Gewaltverbot, sondern auch die sexuelle Enthaltsamkeit. Zwar werde keine Abstinenz gefordert, die sexuelle Freiheit jedoch werde merklich eingeeckt. Gott zur Freud wird der Sexualität völlig entrückt und zum Ideal ethischer Vollkommenheit erhoben. Ethik ist aber, sagt Freud, Triebeinschränkung. Was Freud hier in der Manmoses beschreibt, ist eine auf das Judentum bezogene Analogie zur ödipalen Konstellation, bei der die mit der Macht zur Bestrafung versehene elterliche Autorität, die in patriarchalen Strukturen vom Vater repräsentiert wird, verinnerlicht wird. Und auch in diesem Sinne kann das Judentum als Vaterreligion verstanden werden. Was aber macht das mit den Christen, die diesen narzisstischen Stolz auf geleisteten Verzicht nicht für sich beanspruchen können, weil sie ja die Eucharistie feiern, also zumindest symbolisch weiterhin Opferritual und Triebabfuhr sich hingeben. Der Opferverzicht des Judentums stellt eine narzisstische Kränkung für die Christen dar, die das Opfers weiterhin bedürfen. Der christliche Antijudaismus reagiert hierauf. Um die narzisstische Kränkung zu kompensieren, werden mittels einer Projektion die Juden mit all den aggressiven und sexuellen Triebansprüchen ausgestattet, die es den Christen nicht zu bewältigen gelingt. Der antijudaistischen Fantasiefolgen sind es gerade die Juden, die diese Triebe aufs Grausamste ausleben. Hinter dem vermeintlichen Opferverzicht verberge sich auf heimliche und verschwörerische Weise ein umso bestialischeres Opfer. Und Sie kennen ja alle die Gerüchte von der Hostienschändung oder von den Ritualmorden an Frauen und Kindern, die genau auf dieser Projektion aufbauen. Ganz allgemein gesprochen zählt die Projektion zu den unbewussten seelischen Abwehrmechanismen. Bei der antisemitischen Projektion werden eigene Triebregungen, eigenes Unbewusstes und Verdrängtes den Juden zugeschrieben. Zentral ist dabei der Aspekt der Schuld. Eigene mit Schuldgefühlen verbundene Wünsche werden unterdrückt und auf die Juden projiziert. Das hat jedoch auch einen narzisstischen Aspekt. Insofern der jüdische Opferverzicht eine narzisstische Kränkung darstellt, wird die Heilung dadurch vollzogen, dass man den Triebverzicht, den die Juden für sich beanspruchen, als vermeintliche Lüge entlauft, hinter der sich umso hemmungsloseres Ausagieren der aggressiven und erotischen Triebe in Puppe. Beim vermeintlichen Entlaufen der Lüge bleibt es allerdings häufig nicht. Unter der Behauptung, legitimer Strafe für die von den Juden begangenen Taten werden Anlässe gefunden, die eigenen aggressiven Neigungen auszulassen. Und historisch äußerte sich dies auch im Antijüdischen Pogrom. Als Ereignis erlaubte es die kollektive Lockerung des Triebverzichts. Der kollektive Charakter des Pogroms stellte eine Entlastung von der Schuld dar, angefangen damit, dass eine große Zahl von Menschen am Pogrom teilnimmt, was eine Form von kollektiver Bestätigung darstellt. Vor allem sind aber verschiedene Formen der Rechtfertigung damit verbunden. Neben dem Aufruhr gegen das innere Gesetz, das verinnerlichte Gebot zum Gewaltverzicht, erlaubt das Pogrom zugleich den Aufruhr gegen das äußere Gesetz, das im Normalfall Mord und Totschlag verbietet. Das Pogrom ist kurz gesagt eine Gelegenheit sich auszutoben, den aggressiven und sexuellen Triebanteilen nachzugeben und dies nicht selten mit Billigung der Obrigkeit. Dem antisemitischen Pogrom kommt dabei der Charakter eines Festes zu. Das ist ganz wichtig. Dieser Festcharakter hat sich in den verschiedenen Ländern Europas in unterschiedlicher Form bis heute tradiert. So heißt es etwa in der spanischen Provinz León noch heute gehen wir Juden töten, wenn man ein Sangria trinken geht. Der Hinweis, dass es sich um eine Tradition handelt, in Belgien gibt es das auch, in Aalz zum Beispiel zu Fasching, der dient dann häufig dazu, den antisemitischen Charakter solcher Bräuche zu bestreiten. Das Argument lautet, der Judenhass werde in diesem Fest nicht etwa aktualisiert, sondern sei eine bloß harmlose Ritualisierung einer früher möglicherweise einmal ernst gemeinten antichristlich antijüdischen Praxis. Die enthaltene antisemitische Gewalt Drohung wird negiert. Der Festcharakter wird verteidigt und soll erhalten bleiben. In der Lockerung des Triebverzichts während der Pogrome des Mittelalters und der Pogrome der Neuzeit liegt aber die Kontinuität des Judenhasses, eine Kontinuität, die angesichts der Rede von einem christlichen Antijudaismus des Mittelalters einerseits und dem Antisemitismus der Moderne andererseits zu verschwinden droht. Der Triebverzicht wird nicht allein von der jüdischen Religion gefordert, gegenüber der des Christentum Rückfall in tote mistische Ritten darstellt. Die Forderung des Triebverzichts ist auch eine Konsequenz der Universalisierung des Warentausches. Die Verallgemeinerung der Tauschbeziehungen ging mit der Entstehung allgemeingeltender Rechts- und Vertragsformen einher. Auch Recht und Vertrag aber bedeuten Triebverzicht, weil die wahre nicht durch Anwendung unmittelbarer Gewalt angeeignet werden kann. Daher führt von den mittelalterlichen Judenschlachten, wie die Pogrome in früheren Zeiten genannt wurden, ein direkter Weg zu den Pogromen des 19. und 20. Jahrhunderts, wie Detlef Clausen festgestellt hat. Immer steht die Lockerung des Tötungstabus im Zentrum, der feierliche Durchbruch des Verbots. Das gilt für den Opferzicht genauso wie für den Verzicht auf Gewalt beim Warentausch. Gewaltverzicht beim Tausch, schreibt Clausen, lässt sich leichter ertragen, wenn die offene Rechnung sich periodisch blutig ausgleichen lässt. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch interessant, an die Arbeiten des Religionswissenschaftlers Horst Konitzki zu erinnern, der die Funktion des Geldes innerhalb einer gesellschaftlichen Triebökonomie hinterfragt. Er leitet die Entstehung des Geldes völlig aus dem Opferkult her, dessen archaische Wurzeln bis heute wirksam blieben. Der Tausch stelle also bloß eine Rationalisierung des Opfers dar, das Opfer werde nicht durch rationale Verkehrsformen abgeschafft. Die unterdrückten tabuierten Triebwünsche der Individuen bleiben bestehen. Noch in der Rebellion gegen einschränkende Gesetze oder im wilden Karnevalesken Fest bleibt das Opfer das Gravitationszentrum, um das sich Gemeinschaft und Gesellschaft drehen, so Konitzki. Unabhängig davon, für wie plausibel man Kornitzkis These hält, es gibt eine Tradition des antijüdischen Tötungsfestes, das Pogrom ist der genuine Ausdruck einer antisemitischen Festkultur. Und immer war das Judenmorden auch von Aufwallung und Begeisterung begleitet. Das spricht sich ja auch schon in dem schrecklichen Wort von der Pogromstimmung aus. Die temporäre Aufhebung Gewaltverzichts stand im Zentrum des transgressiven Moments dieser antisemitischen Festkultur. Der Antisemitismusforscher Werner Bergmann hat sich an einer Soziologie des Pogroms versucht und kommt dabei auch auf dessen ritualen Charakter zu sprechen. Demnach sind Pogrome Formen rituellen Handelns, in denen es um die Reinheit der Gesellschaft gehe. Pogrome seien Rituale der Gewalt, in denen die sonst geltenden Regeln und Hierarchien zeitlich begrenzt außer Kraft gesetzt oder gar auf den Kopf gestellt werden, in denen die sonst geltende soziale Ordnung für einen Moment verflüssigt wird. Auch Adorno und Horkheimer schreiben übrigens in der Dialektik der Aufklärung in den Elementen des Antisemitismus Der Antisemitismus ist ein eingeschliffenes Schema, ja ein Ritual der Zivilisation und die Pogrome sind die wahren Ritualmorde. Irina Astaschkiewicz spricht daher vom Pogrom auch als einem Karneval der Gewalt. In ihrem 2018 erschienenen Buch Gendered Violence untersucht sie insbesondere die Gewalt gegen Frauen während der Antijüdischen Pogrome in der Ukraine in den Jahren des Bürgerkriegs zwischen 1917 und 1921. Massenvergewaltigungen seien ein wichtiger Bestandteil der Pogrome gewesen. Sie betont auch den öffentlichen Charakter, den diese Vergewaltigungen hatten. Denen, die die Pogrome verübten, war es wichtig, die Taten kollektiv und vor Zeugen auszuüben und in ein öffentliches Spektakel zu verwandeln. Das sollte die Opfer, die den Opfern zugefügte Demütigung maximieren und möglichst viele Personen, die zuschauten, mit einbeziehen, als Täter wie als Opfer. Es sind unbeschreibliche Gewalttaten, von denen Astaschkiewicz in ihrem Buch berichtet. Die Täter seien einem Pogrom-Drehbuch gefolgt, das die jüdischen Gemeinden aufgrund ihrer historischen und jüngeren Erfahrungen sofort erkannten. Astaschkiewicz spricht solchen öffentlichen Massenvergewaltigungen eine genozidale Absicht zu. Der Zweck solcher Taten besteht ihrzufolge darin, die Macht und Überlegenheit der Täter zu behaupten, die Würde der Frauen öffentlich zu zerstören und dabei die gesamte jüdische Gemeinschaft durch Demütigung zum Opfer zu machen. Die Scham und Erniedrigung infolge einer Vergewaltigung hält noch lange nach der Tat an und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die traumatische Erfahrung hat dramatische Auswirkungen auf die Opfergemeinschaft. Massenvergewaltigungen zielen somit auf den sozialen Tod der Gemeinschaft, der neben ihrer physischen Zerstörung das eigentliche Ziel des Völkermordes ist. Zital Ende. Der öffentliche und ritualisierte Vollzug der Vergewaltigung, bei der die betroffenen Frauen häufig zu dem Grausam verstümmelt wurden, hatte laut Astaschkewitsch auch den Zweck, den emotionalen und intimen Aspekt der Sexualität auszulöschen, um die Täter so von Schuldgefühlen zu befreien. Wie das gesamte antijüdische Pogrom wurde die Massenvergewaltigung als Akt der öffentlichen Bestrafung inszeniert. Das bedeutete allerdings nicht, dass die Täter dies alles nicht mit großem Lustgewinn erlebten. Gewaltsame Massenvergewaltigung und Folterung der Juden seien zu einer, wie Astaschkewitsch schreibt, Quelle der Befriedigung und des Vergnügens geworden, die allerdings nichts mit dem Geschlechtsverkehr als solchem zu tun hatte, sondern alles mit der öffentlichen Feier der Macht, die frei von Einschränkungen ist. Die Teilnahme an den Pogromen stellte eine Art Fronturlaub dar, eine Möglichkeit zur emotionalen Entladung. Das hatte zur Folge, dass die Gier der Täter nach solchen Erlebnissen immer weiter zunahm. Solange es Juden gab, die das Pogrom überlebt hatten, bekamen die Täter nie genug. Ich zitiere nochmal, die Pogromchiki, so wie die damals genannt wurden, die Teilnehmer an den Pogromen, suchten ständig nach Möglichkeiten, die Demütigungen und Erniedrigungen, die sie begingen, noch zu steigern, um frühere Gewalttaten zu übertreffen. Es gab keine moralischen Hemmungen mehr, keine Beschränkungen, keine Begrenzungen. Zitat Ende. An dieser Darstellung von Astaschkewitsch wird deutlich, wie die verdrängten und auf die Juden projizierten aggressiven und sexuellen Triebansprüche im Pogrom ausagiert werden. Die antisemitische Projektion, wonach die Juden es sind, die ein Verbrechen begangen haben und also bestraft werden müssen und auch der öffentliche Charakter der Handlungen ermöglichen es, noch die brutalsten Handlungen als absoluter unbegrenzter Macht, was durch die Öffentlichkeit beglaubigt werden soll. Zugleich geht es um die Ausübung grenzenloser Gewalt. Die maßlose Brutalität soll den temporären Charakter des transgressiven Aktes bestreiten. Es folgt der Logik, dass wo so gewütet wird, sich nicht nur die physische und psychische Vernichtung der Betroffenen, sondern auch die ethische und juristische Begrenzung, die solche Taten verhindern soll, nicht mehr rückgängig machen lässt. Insofern wird eine Allmachtsfantasie apokalyptischen Ausmaßes ausgelebt. Die apokalyptische Tendenz des Antisemitismus zeigt sich auch in der unersättlichen Gähe der Täter nach noch mehr Pogromen. Solange es Juden gibt, die dies überlebt haben, wurde immer noch nicht genug bestraft. Die Taten wurden auch keinesweils spontan verübt. Die Pogrome waren geplant, auch von der militärischen Führung der jeweiligen Truppen, hauptsächlich von der Weißen Armee, aber es waren auch Bolschewiki zum Teil und auch von der Machno-Bewegung, die ja eher so anarchisch ausgerichtet war, aber hauptsächlich wohl von der Weißen Armee. Also die Pogrome wurden mit militärischer Präzision durchgeführt. Zügelloses Foltern und Schlachten und planvoll organisierte Gewalt stehen hier also keinesfalls in einem Widerspruch, sondern vielmehr in einem Verhältnis von Mittel und Zweck. Der von Astak Schkewitsch eben als Genozidal beschrieben wird. Kurz zusammengefasst sind Pogrome also Ausdruck einer tradierten genuen antisemitischen Festkultur, weisen aber, obwohl sie als Rituale einen begrenzenden Charakter zu haben, scheinen einen genozidalen Charakter auf. Sie enthalten immer auch die Drohung, dass die ganze Arbeit ja erst noch gemacht werden wird. Und ich habe am Anfang viel drüber nachgedacht, warum in Israel immer der Pogrombegriff für den 7. Oktober so oft gewählt wurde. Mir war das nicht sehr plausibel, aber ich denke, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es vielleicht weniger erstaunlich, wenn man sich diese Erfahrung vor Augen führt. Ich glaube, dass es gerade deshalb der Fall war, dass man oft von Pogrom auch immer noch schreibt in Israel. Auch Hamas und Co. sind nämlich dem von Astaschkewitsch beschriebenen Drehbuch des Pogroms gefolgt. Die zügellose Grausamkeit, die verbissene und brutale mörderische Deformation von Lust und Genuss erinnern an die Pogrome in Europa. Neben dem unmittelbaren Angriff auf die israelische Souveränität und die physische Vernichtung von Juden ging es der Hamas vor allem um die Traumatisierung der gesamten israelischen Bevölkerung, darum der israelischen Gesellschaft einen Schlag zuzufügen, von der sie sich nicht erholen soll. Der 7. Oktober wurde von der Führung der Hamas angeordnet und bekam sowohl politische wie auch religiöse Legitimität verliehen. Die israelische Rechtswissenschaftlerin Ruth Halperin Kadari berichtet von Videos gefangener Hamas Angehöriger, die erklären, klare und eindeutige Anweisungen erhalten zu haben, zu töten, Geißeln zu nehmen und zu vergewaltigen. Die Morde und die sexuelle Gewalt waren also systematisch. Es gibt auch die Aussage, dass es von religiösen Autoritäten eine generelle Erlaubnis gegeben hat, zu vergewaltigen und mit Zivilisten zu tun, was immer man wolle. Es sei dabei nicht mehr nur ums Töten gegangen, sagt Halperin Kadari, sondern vielmehr darum, den größtmöglichen Horror in der Bevölkerung auszulösen. die schlimmsten Ängste jedes Menschen wahrzumachen, jede Sicherheit zu zerstören. Dabei habe der Befehl gelautet, keine Beweise für die Vergewaltigung zu hinterlassen, also keine Frauen, die darüber sprechen können. Das passt zu der Tatsache, dass die allermeisten Opfer sexueller Gewalt vom 7. Oktober ermordet wurden. Psychoanalytisch gesprochen ist der 7. Oktober, so wie ich das sehe, ganz und gar als Triebtat ohne Schuld inszeniert worden. Angefangen von der Öffentlichkeit, die die Täter mit ihren GoPro-Kameras und ihr über die sozialen Medien herstellten, über die politische und religiöse Legitimierung, die das Ganze als eine militärische bzw. als Bestrafungsaktion erscheinen lassen soll, bis hin zu dem schon von Asterkischkewitsch beschriebenen Bemühen, den emotionalen und intimen Aspekt der Sexualität auszulöschen, ihn untergehen zu lassen, in kollektiv ausgeübter, grausamer Gewalt. Wie Adorno und Horkheimer schon in den Elementen des Antisemitismus schrieben, man darf den verpönten Trieb frönen, wenn außer Zweifel steht, dass es seiner Ausrottung gilt. Gerade das Supernova-Festival, wo allein mehrere hundert Menschen ermordet worden sind, bot sich hier an, um das, was man sich selbst wünscht, aber nicht zugelassen werden darf, auf die Juden zu projizieren und mit ihnen zu vernichten. Das Festival Terrain wurde zum antisemitisch- misogynen Kampfplatz gegen vermeintlich jüdisch-deviante Sexualität. In der für den Antisemitismus zu typischen Ambivalenz steht diese gerade in der imaginierten weiblichen Form ebenso sehr für zügellos perverse Freizügigkeit und verschlingende sexuelle Lust, wie sie gleichermaßen als gefühllos, kalt und rational gilt. Und noch die Art und Weise, wie die Frauen vergewaltigt und verstümmelt worden sind, scheint konkret mit den jeweiligen antisemitischen Fantasien, Ängsten und Hassgefühlen zu korrespondieren. Und wer angesichts dessen vom 7. Oktober als einer palästinensischen Militäraktion Offensive oder dergleichen spricht, bewegt sich im Einklang mit der Propaganda und den Wunschfantasien der Täter von einer Triebtat ohne Schuld und bestätigt sie in ihrer wahnhaften Logik. Demgegenüber erkennt das internationale Recht, um das anzumerken, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe an und wenn sie absichtlich strategisch und systematisch eingesetzt wird wie am 7. Oktober, dann wird sie als genozidal bewertet. Und davon ist selten die Rede. Wie bei den historischen Vorbildern standen also auch am 7. Oktober zügelloses Wüten teils unter Mitwirkung von Zivilpersonen und militärische Präzision keinesfalls in einem Widerspruch. Die behauptete Spontanität war immer Teil des Pogroms, doch genauso war sie immer auch Teil der antisemitischen Propaganda. Und auch die Hamas hat seit dem 7. Oktober wiederholt verlautbart, dass man noch viele ähnliche Kräueltaten zu organisieren gedenkt. Man bekräftigt also die genozidale Intention. Der 7. Oktober war beides Aufhebung der Triebeinschränkung, Ausleben von Frauen- und Judenhass in einer Orgie großenteils sexualisierter Gewalt und zugleich minutiös geplante Vernichtungsaktion. In Israel hat man diese genozidale Dimension des 7. Oktober verstanden, auch ohne noch einmal die Charta der Hamas studieren zu müssen. Ein wichtiger Aspekt des psychischen Gewinns, den Antisemiten empfinden, ist also das ungezügelte Ausagieren von sexuellen und aggressiven Triebanteilen ohne das Gefühl der Schuld. Diese Schuldgefühle resultieren aus der ödipalen Konstellation, bei der die mit der Macht zur Bestrafung versehene elterliche Autorität, die in patriarchalen Strukturen vom Vater repräsentiert wird, verinnerlicht wird. Ich weiß nicht, wie vertraut sie alle mit dieser Grundkonstellation sind, deswegen gebe ich sie jetzt noch mal kurz wieder. Freud ging davon aus, dass das Kind in einer bestimmten Phase seiner Entwicklung und es ist ein vereinfachtes Modell, wie er an einer Stelle schreibt, das allerdings oft genug der Realität entspreche, weil es natürlich der patriarchalen Gesellschaft entspricht. Also Freud ging davon aus, dass das Kind in einer bestimmten Phase seiner Entwicklung den unbewussten vom Es als der Triebinstanz ausgehenden Wunsch entwickelt, sich mit dem Elternteil anderen Geschlechts sexuell zu vereinigen. Den gleichgeschlechtlichen Elternteil erkennt es daher als Rivalin beziehungsweise Rivalen. Diese beziehungsweise dieser wird jedoch als übermächtig wahrgenommen. Das weckt wiederum Ängste, zugleich entsteht der Wunsch die Rivalin beziehungsweise den Rivalen zu beschreiten. Das aber führt zu Schuldgefühlen und um diese Ängste und Schuldgeführe abzuwehren identifiziert sich das Kind letztlich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil anstatt dieses ersetzen zu wollen. Es versucht ihm nunmehr nachzueifern. Es ist diese Identifizierung im Zuge derer sich das Ich konstituiert und die Triebansprüche des Es von den Erfordernissen der Realität zu unterscheiden lernt. Als Abwehrpol der Persönlichkeit ist das Ich die Instanz, die für eine gelingende Beweidigung des Oedipalen Konflikts steht. Es versucht die Triebansprüche des Es mit den Ansprüchen der Außenwelt sowie den verinnerlichten Außenwelt Ansprüchen diese Weise die Realität als solche an. Die nun unterdrückten Triebansprüche und Wünsche sind aber nicht einfach verschwunden. Die Gefühle für die Erziehungsperson bleiben also ambivalent. Das steigert das Gefühl der Schuld, das auf dem in der Fantasie bereits begangenen Inzest und Elternmord passiert. Es ist also nicht die Furcht vor etwas, was man gerne machen würde, sondern es ist die Schuld über etwas, was man begeistert begangen hat in der Fantasie. Hier bietet das antisemitische Weltbild scheinbar eine Möglichkeit, diese Ambivalenzen und damit auch die Schuldgefühle aufzuheben. Rudolf Löwenstein präzisierte 1952, dass die Juden in der Psyche der Antisemiten nicht nur als Stillvertreter eigener verdrängter Triebe und Wünsche formierten, wie das im Rassismus der Fall ist, sondern zugleich als Stillvertreter des gefürchteten verbietenden Vaters. Die Juden werden so bewusstensymbol des Oedipus-Komplexes, schreibt Löwenstein, zum Symbol von allem, was konflikthaft daran ist. Es werden also nicht nur Wünsche projiziert, das Bild des Vaters wird aufgespalten. Alles, was ängstigend an ihm ist, was Schuldgefühle, Wut und Hass auslöst, wird auf die Jüdinnen und Juden verschoben. So kann die Beziehung zum Vater reingehalten und die Wut und der Hass, die eigentlich ihm galten, an den Juden ausagiert werden. Konflikte, die psychische Stabilität bedrohen, werden auf diese Weise externalisiert. Die Auslagerung des Oedipalen Konflikts gewährt zum einen die Illusion, die Wut- und Hass auslösenden Anteile kontrollieren zu können, indem man jene kontrolliert, auf denen man diese Anteile eben projiziert hat, indem man also Juden bekämpft. Dieser Kampf stellt sich dann auch wieder als Verteidigung und als Notwehrhandlung dar, denn die Juden wurden ja jetzt projektiv mit sehr viel ängstigender und hassenswerter Macht ausgestattet, gegen die man sich zur Wehr setzen muss. Zum anderen stellt diese Reinhaltung der Beziehung zum Vater die Erfüllung eines narzisstischen Wunsches dar. Fantasien der Verschmelzung mit den Elternfiguren scheinen wahr zu werden in einer Vorstellungswelt, die nunmehr konfliktfrei erscheint. Und dieser Zusammenhang wirft auch etwas Licht auf den fassungslos sichkeit auslösenden Bericht, wonach zumindest ein Mörder des 7. Oktobers während der Bluttat seine Eltern angerufen hat. Ich werde kurz aus dem Telefongespräch zitieren, auch wenn es schwer erträglich ist. Papa, ich spreche zu dir vom Telefon einer Jüdin aus, ich habe sie und ihren Mann getötet, ich habe zehn mit meinen eigenen Händen getötet, sagt der Terrorist aufgeregt zu seinen Eltern im Gaza-Streifen. Man hört den Vater vor Freude weinen und er sagt, möge Gott dich beschützen, mein Sohn, während die Mutter ergänzt, ich wünschte, ich könnte bei dir sein. Zitat Ende. Also Oedipale und Anforderungen und Verbote, die man denken würde, dazu führen, dass man insbesondere die Eltern möglichst nicht von den Details des eigenen blutigen Handelns erfahren lässt, spielen hier ganz offensichtlich keine Rolle. Statt Schuldgefühlen empfindet der Mörder Stolz. Er feiert seine Taten gemeinsam mit den Eltern. Der Judenmord verschafft ganz offensichtlich einen gegen die Oedipale Konstellation gerichteten gemeinschaftlichen Genuss. Ich möchte das nun unter Bezug auf die narzisstische Persönlichkeit noch etwas näher ausführen. Die Herausbildung der Persönlichkeit besteht, wie wir gerade gehört haben, in der Bewältigung des Oedipus-Komplexes und damit zugleich in der Entfernung vom primären Narzissmus. Und dieser kann mit Freude als Zustand der Vollkommenheit und Zufriedenheit verstanden werden. In seinem Aufsatz Das Unbehagen in der Kultur beschreibt er ihn auch als homöstatisches, ozeanisches, quasi bedürfnisloses Gefühl. Es gibt ja noch gar keine Subjekt-Objekt-Trennung sozusagen. Entfernung vom primären Narzissmus bedeutet zu akzeptieren, dass die Realität den Aufschub oder gar den Verzicht auf die Erfüllung auftauchender Triebansprüche verlangt. Was jedoch, wenn diese Bewältigung des Oedipus misslingt? Der pathologische Narzissmus stellt eine mögliche Folge dieses Misslingens dar, eine Scheinlösung sozusagen. Das Kind projiziert sich in diesem Fall auf das gleichgeschlechtliche Elternteil, betrachtet es als bloße Verlängerung und Ergänzung seiner selbst. Es nimmt das Elternteil nicht als Repräsentanten der Außenwelt dar mit ihren Anforderungen und Geboten, mit der es sich konflikthaft auseinanderzusetzen gilt. Ich bin schon alles, was ich sein wollte, was ich sein sollte, hat der Psychoanalytiker Otto Kernberg die daraus resultierende Persönlichkeitsstruktur bildhaft zusammengefasst. Die intrapsychische Welt solcher Person wird allein von ihrem eigenen Größen selbst befördert, bevölkert sie erleben sich als völlig unabhängig von anderen, als geradezu autark. Alle anderen werden entweder als wertlos oder als potenzielle Verfolger wahrgenommen, schreibt Kernberg. Im Extremfall fehlt jede Fähigkeit, sich mit ethischen Wertesystemen zu identifizieren, Schuldgefühle und Reue zu empfinden. In seiner gemeinsam mit Pierre Desouin verfassten Studie Narzissmus, Christentum, Antisemitismus argumentiert der französische Psychoanalytiker Bella Grünberger, es sei gerade der Judenhass, der die Vermeidung des ödipalen Konflikts erlaubt. Er schreibt, wie das Kind, das sich unfällig fühlt, das passt jetzt auch ein bisschen zu der Einführung, das Zitat von dem Redner von der letzten Veranstaltung, wie das Kind, das sich unfähig fühlt, die ödipale Situation anzunehmen und das in der narzisstischen Autarkie einen Fluchtmodus sucht, wählt der Antisemit, dessen psychosexuelle Unreife eine Konstante ist, als Lösung das Ausweichen vor dem echten ödipalen Kampf. Zitat Ende. Die Autoren schreiben wohlgemerkt, Antisemiten verhielten sich wie ein Kind, das sich unfähig fühlt, den ödipalen Konflikt zu akzeptieren, an dessen Ende dann die Realitätsanerkennung und die Reifung der Persönlichkeit stünde und sie treffen damit eine Wahl. Es ist also klar, er setzt hier, Grünberger setzt hier eine Differenz zwischen Charakterstrukturen von Antisemiten und pathologischen Persönlichkeitsstörungen im engeren Sinn. Wie Grünberger und Desoins deutlich machen, werden Juden als Repräsentanten der innerhalb einer patriarchal geprägten Ordnung das väterliche Prinzip verkörpernden Normen, Werte und Gesetze gehasst. In ihrer Gegnerschaft zum Judentum könnten die Antisemiten sich auf einen pseudo-ödipalen Kampf einlassen. Diese Pseudolösung gewährt ihnen den Genuss der Aufrechterhaltung der narzisstischen Vorherrschaft gegen das väterliche Prinzip. Die narzisstische Illusion siegt also über die Realität des Oedipus. Und so können sich diese Antisemiten regressiv in ihrer Fantasie in ein narzisstisches Universum flüchten, dass sie nachträglich also sozusagen in Bezug auf einen Zustand, der real so gar nicht existiert hat, nachträglich als Zustand der Vollkommenheit und Zufriedenheit fantasieren. Es ist auch ein Zustand der Reinheit, der es nicht erforderlich macht, sich im Konflikt mit der Außenwelt, mit der Realität zu kontaminieren. Im Unterschied zu Krönberger begreift der Psychoanalytiker Werner Boleber den Antisemitismus nicht als in der Persönlichkeitsstruktur verankert, sondern im Sinne eines kollektiven Fantasiesystems. Diese kollektiv geteilte narzisstische Gruppenfantasie kreist laut Boleber nicht etwa um ein Massenideal, dessen Verkörperung dann ein Führer ist, wie es bei Freud in seinem Text Massenpsychologie und Ich-Analyse der Fall ist. Es geht ihm vielmehr um die Fantasie eines idealen Zustandes des Ichs, in dem eine symbiotische Beziehung mit der Mutter der Frühzeit illusionär wiederhergestellt wird und wie man hinzufügen muss, dass Ich eigentlich wieder aufgegeben wird. Zitat Indem die Mitglieder regressiv zur Gruppe verschmelzen, wird sie zum illusionären Ersatz für das erste verlorene Objekt, die Mutter der Frühzeit. Die anderen Gruppenmitglieder werden dabei nicht als andere, sondern lediglich als Spiegelbilder des eigenen Selbst wahrgenommen. Laut Boleber sind solche angestrebten ideal-narzisstischen Zustände psychodynamisch mit Gewalt und mit Reinheitsvorstellungen apokalyptischen Ausmaßes verknüpft. Der Hass auf alles, was den Wunsch nach Einheit stört, wird zum Begleiter dieser Art von narzisstischer Selbsterweiterung. Das bedeutet, dass sich der Hass auf das, was vermeintlich die Fantasierte Einheit stört, prinzipiell auch gegen andere richten kann, wie man es ja auch bei Islamischen Staat mit der Behandlung der Jesidinnen und der Jesiden erlebt hat. Aufgrund der historischen Tradierung des antisemitischen Ressentiments gipfelt er jedoch im Hass auf die Juden. Der französische Psychoanalytiker Fethi Benzlama hat in seiner Arbeit mit islamistisch radikalisierten Jugendlichen Beobachtungen gemacht, die die vorangegangenen Ausführungen bestätigen. Ihm zufolge stellt auch die Gemeinschaft der Muslime für diese Jugendlichen einen illusionären Ersatz für die ursprüngliche Einheit mit der Mutter dar. Das nähere die Fantasie aus dem selben Körper zu stammen. Dieser werde als heiliger in sexualisierter Körper vorgestellt. Zugleich rufe eine ständige Furcht vor Zerstörung dieser Gemeinschaft Phantasmen vom Eindringen der Feinde in den kollektiven mutterlichen Körper hervor, um ihn zu verderben und, wie Ben Slamer schreibt, darin auf sexuelle Weise einen genealogischen Schmutzfleck zu hinterlassen. Einen Schmutzfleck also, der sich durch Generationen hindurch weitervererbt. In gewisser Weise hat man eigentlich Angst vor dem, was die Hamas in ihrer projektiven Hassfantasie den Israelis zufügen wollten. Ben Slamas Hinweis auf den sexuellen Aspekt dieser ideal narzisstischen Reinheitsvorstellung ist wichtig und eng mit der Vorstellung vom Märtyrertum verbunden. In seinem Buch Der Übermuslim fragt Ben Slamer nach dem gratifizierenden psychischen Effekt des Märtyrertums. Die Opfer und Todesbereitschaft der Einzelnen hänge mit einem Grandiosität versprechenden Angebot zusammen, wie es etwa eben vom islamischen Staat gemacht wird. Das Angebot besteht laut Ben Slamer in dem Versprechen, ein unendliches Genießen wiederzuerlangen, dessen man einst beraubt worden sei. Ein Genießen, das aus der Fantasie eines idealnazisstischen Zustands gewonnen und laut Ben Slamer mit der Bereitschaft zum Mord und Selbstopfer verbunden wird, weil dies die Wiederherstellung der geraubten symbiotischen Einheit mit der Mutter als gleichsam sexuelles Erlebnis verspricht. Ein sexuelles Erlebnis allerdings, das von allen verbönten, schmutzigen Elementen bereinigt ist. Und zwar deshalb, weil es ein körperliches, desexualisiertes Erleben von Sexualität sein soll und damit eben auch der Fantasie einer schuldlosen Sexualität entspricht. Und in diesem Fall soll das eben durch den Tod des Körpers ermöglicht werden. Wie Ben Slamer betont, gilt der Körper den Islamisten als Sitz der Sünde par excellence, wie er schreibt. Seine Auflösung ist daher in dieser Vorstellungswelt die Voraussetzung für ein sexuelles Genießen, das aller Tabus und Verbote entledigt ist. Exemplarisch wird es in einem Gespräch deutlich, dass ein inhaftierter Islamist in seinem französischen Gefängnis geführt hat und dabei abgehört worden ist. Der Inhaftierte ist Abdelkader Merah, der Bruder des antisemitisch motivierten Mörders Mohamed Merah, der im März 2012 in Frankreich sieben Menschen, darunter drei jüdische Schulkinder ermordet hat. Abdelkader unterhält sich mit seiner Mutter, die ihn im Gefängnis besucht. Dabei kommt das Gespräch auf den nach seinen Taten von der Polizei erschossenen Bruder. Und Abdelkader bittet dann die Mutter darum, ihm Fotos vom Leichnam des Bruders zu besorgen, Auszüge aus dem Autopsieberecht, so viele möglich Details. Abdelkader scheint also sich davon überzeugen zu wollen, dass sein Bruder die körperliche Hülle, den Sitz der Sünde auch tatsächlich verlassen hat. Dann erzählt er seinen Bruder, besuche ihn in seinen Träumen. Ich zitiere jetzt kurz aus dem Gespräch. Hat er die Jungfrauen bei sich, fragt die Mutter. Und der Sohn antwortet, er hat die Jungfrauen bei sich und vollzieht den schändlichen Akt mit ihnen, worauf beide lachen. Er macht alles, fährt Abdelkader lachend fort. Lass uns alle abreißen, er hat eine Frau, er hat alles. Und die Mutter wiederum, sie sagen, er hat viele Frauen. So endet ein längerer Ausschnitt aus einem Gespräch, in dem die Mutter und Sohn gemeinsam die Fantasie vom Geschlechtsakt des Bruders teilen. Der Journalist Mark Weizmann hat es von ihm publizierte Gespräch treffend als Mischung aus inzestuösem und apokalyptischem Tagtraum zusammengefasst. Das Märtyrertum erlaubt hier dank der Entkörperlichung ein unmittelbares Genießen des eigentlich Verpönten. Es erlaubt den eigentlich schändlichen Akt unter Wahrung der Reinheit und ohne Schuld. Der Tod ist also nicht wirklich der Tod, sondern eine paradiesische Form der Libertinage, in der die Erfüllung aller sexuellen Wünsche und Fantasien möglich wird. Der Tod ist jedoch nicht die einzige Form, die in dieser Vorstellungswelt Sexualität ermöglicht, ohne sich schuldig zu machen, ohne eine Sünde zu begehen. Auch die Versklavung und Vergewaltigung von jesidischen jungen Frauen und Mädchen durch die Kämpfer des Islamischen Staats wurde von dessen Ideologen religiös legitimiert. Die New York Times Journalistin Rukmini Kalimachi hat 2015 in ihren Artikeln ausführlich dokumentiert und als Theologie der Vergewaltigung bezeichnet. Sie schreibt, die systischematische Vergewaltigung von Frauen und Mädchen der religiösen Minderheit der Jesiden ist seit der Ankündigung der Gruppe, die Sklaverei als Institution wiederzubeleben, tief in die Organisation und die radikale Theologie des Islamischen Staates verwoben. Sie berichtet dann von einem zwölfjährigen Mädchen, dem von seinem Vergewaltiger erklärt wurde, was er im Begriff zu tun sei, sei keine Sünde, vor und nach der Tat habe er gebetet. Er sagte mir, dass es ihm laut Islam erlaubt sei, eine Ungläubige zu vergewaltigen. Er sagte, dass er Gott näher kommt, wenn er mich vergewaltigt, berichtete das Mädchen. Gemäß der Ideologie des Islamischen Staates führt Vergewaltigung also nicht etwa dazu, dass man Schuld auf sich lädt, sondern dazu, dass man Gott näher kommt. Fethi Ben-Slama gibt Hinweise darauf, wie das in der wahnhaften Welt sich der Islamisten funktionieren kann. Er spricht von einem Mensch-Gott-Inzest, weil ein menschliches Wesen vorgibt, in dem Maße, mit seinem Verschöpfer verschmolzen zu sein, dass es in einem Namen handelt und daher auch keine schuldhaften Taten mehr begehen kann. Anstatt sich dem Gesetz des Vaters zu fügen, werden solche Menschen selbst zum Gesetzgeber. Ben-Slama bezeichnet sie in Anspielung an das freudsche Über-Ich eben als Über-Muslime. Das Gesetz wird von ihnen nicht verinnerlicht, sondern das Individuum setzt sich an dessen Stelle, projiziert sich auf den Gesetzgeber, verschmilzt mit ihm. Ben-Slama zitiert den Vater eines islamistisch radikalisierten Jugendlichen, der dies geradezu idealtypisch bestätigt. Zitat Auch hier also die klassisch pseudo-edipale Konstellation, scheinbar dem väterlichen Gesetz zu folgen, während doch die narzisstische Vorherrschaft über dieses Verhalten bleibt. Der psychische Gewinn, den der Antisemitismus verschafft, besteht aus psychoanalytischer Sicht also wesentlich darin, dass er eine Möglichkeit bietet, die Widersprüche nicht aushalten zu müssen, die sie aus der Vermittlung von Triebansprüchen, Ansprüchen der Außenwelt und deren Verinnerlichung ergeben. Aggressive und sexuelle Triebanteile können ausagiert werden, ohne dabei Schuld zu empfinden. Mit Blick auf den Narzissmus lassen sich dann weitere Überlegungen zur Motivation der Antisemiten anschließen. Im basalen Sinne entsteht Motivation durch das Bedürfnis, ein physiologisches Gleichgewicht, also Homöostase herzustellen. Die Triebe sind die psychischen Repräsentanten dessen, was sich zur Geltung bringt, wenn dieses Gleichgewicht nicht besteht. Insofern kann die psychische Motivation des Narzissmus so verstanden werden, dass ein nachträglich als ideal vorgestellter Urzustand wiedererlangt werden soll, in dem dieses Gleichgewicht gar nicht verloren gehen kann. Ein Gleichgewicht, das in der Realität, wenn überhaupt, noch sehr prekär erreicht werden kann, mit zahlreichen Einschränkungen, Versagungen und Kompromissen versehen ist, die dann eben auch als narzisstische Kränkungen erlebt werden können. Einfach ausgedrängt gedrückt geht es beim Narzissmus also darum, dass diese Kränkungen und fortbestehenden Entspannungen, die jeder Mensch in seinem Leben immer wieder erlebt, nicht ausgehalten, nicht verarbeitet, nicht in das eigene Selbstbild integriert werden. Und der Antisemitismus bietet hier eine Scheinlösung an. Was nicht ausgehalten werden kann, soll künftig auch nicht mehr ausgehalten werden müssen, wenn erst einmal die Juden beseitigt sind. Auch dies verleiht dem Antisemitismus seine apokalyptische Dimension, die ihrerseits dem Wahn entspricht, ohne die Juden könne ein solcher ideal narzisstischer Zustand wiederhergestellt werden. Neben dem Versprechen auf Triebfreiheit gewährt das antisemitische Weltbild also kurz gesagt die Illusion, vor einer Konfrontation mit einer Rivalität bewahrt zu werden, die mit narzisstischen Kränkungen verbunden ist. Wo diese Kränkungen empfunden werden, dann werden die Juden dafür verantwortlich gemacht und dies erlaubt dann eine umfassende Regression bis hin zur Vorstellung der Wiederherstellung einer symbiotischen autarken Einheit und beinhaltet eben als psychophysische Komponente auch sexuelle Gratifikation. Mehr noch, die Illusion beinhaltet auch die Vorstellung Macht über die Realität zu erhalten, so wahnhaft verzerrt diese Realität auch wahrgenommen wird. Der Kampf gegen Juden ist der Kampf gegen das Realitätsprinzip, gegen die imaginierten Juden natürlich, ist der Kampf gegen das Realitätsprinzip, gegen die Repräsentanten des Gesetzes und in der kapitalistischen Moderne gegen die die Realität bringenden abstrakten Prinzipien der Gesellschaft selbst. Wer den Kampf gegen jene wagt, die die als omnipotent imaginiert werden, muss in dieser Vorstellungswelt noch über deren Allmacht stehen. Antisemiten und Antisemiten imaginieren sich heroisch im Widerstand. All dies verschafft ihnen einen psychischen Genuss. Und genau deshalb sind Antisemiten so oft auch gegen jede Kritik immun. Sie erleben diese vielmehr genussvoll als Bestätigung ihrer Größenfantasie, wie vielleicht jede und jeder von ihnen schon mal erlebt hat in der Diskussion. Jede Aufmerksamkeit, die ihnen wegen ihrer antisemitischen Haltung zuteil wird und sei sie noch so ablehnend, stahlt sie nur umso mehr an. Die ganze Welt wird ihnen zum Spiegelkabinett, in der sie umherstolzieren, inklusive des Gerichtssaals. Und schließlich enthält der Vernichtungswunsch gegenüber den Juden das Versprechen, das Gesetz selbst zu vernichten und mit ihm auch jede rechtliche, moralische und normative Beschränkung, was in dieser Vorstellungswelt eine Verewigung des Genusses verheißt. Der imaginierte autarkomeostatische Idealzustand muss da nicht mehr verlassen werden. Das Genießen wird ein unendliches und grenzenloses apokalyptisches sein. Die psychischen Wurzeln des Antisemitismus liegen also im unbewussten Affektaushalt. Seine konkrete Gestalt hängt jedoch von der Gesellschaft ab, in der er praktiziert wird. Genauso wenig wie aus dem sich vom christlichen Antijudaismus zum modernen Antisemitismus durchziehenden Motiv des aufgezwungenen Triebverzichts, für den die Antisemiten sich an den Juden rächen wollen, auf einen ewigen Antisemitismus schließen ließe. Genauso wenig können die verschiedenen Formen des Judenhasses unabhängig voneinander betrachtet werden. Die praktische Dimension des Antisemitismus und um die geht es leider letzten Endes ist Gewalt gegen Juden und ihr und nicht etwa den gesellschaftlichen Verhältnissen gilt seine Apologie. Auch deswegen ist es schon falsch von Antisemitismus als Ideologie zu sprechen. Und diese Apologie präsentiert sich dann eben als Notwehr und als Dienst an der Gesellschaft, die mit dieser Gewalt angeblich geleistet werden soll. Es ist also der Vernichtungswillen nicht der Antisemitismus, den die falsche gesellschaftliche Ordnung aus sich heraus produziert. Und das haben Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung unmissverständlich deutlich gemacht. Die praktische Umsetzung dieses Vernichtungswillens kann weder ideologiekritisch noch überhaupt rational erklärt werden, weswegen meiner Meinung nach zu Recht wie auch in der Veranstaltungsreihe von Anwahn zu sprechen ist. Der Vernichtungswillen ist es auch, der sich gleich bleibt, nicht der Antisemitismus. Dieser nimmt immer die Wandlungen an, die gesellschaftlich bedingt sind, um die Gewalt, um den Vernichtungswillen zu legitimieren. Und insofern lebt der Antisemitismus eigentlich maßgeblich von seiner eigenen Tradition als der Realität, auf die er zurückgreift und nicht auf reale Ereignisse, beziehungsweise auf reale Ereignisse schon, aber eben die seiner historischen Wirklichkeit des Pogroms und der Verfolgung entsprechen. Nicht zu Unrecht hat Detlef Krausen daher vorgeschlagen, man solle weniger von einem christlichen, sondern besser von einem in der Volkstradition verwurzelten Judenhass sprechen, der von der christlich organisierten Herrschaft funktionalisiert wird. Im Übergang zur Neuzeit mit der Entwicklung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft verkleidet sich, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt, Herrschaft dann in Produktion, in die Tauschabstraktion und die Juden gelten im antisemitischen Weltbild als die Agenten der Tauschabstraktion. So wird in der bürgerlichen Gesellschaft der Judenhass an den zentralen ökonomischen Mechanismus gekoppelt, fatalerweise. Und wie Detlef Krausen geschrieben hat, diese Form der Gesellschaft daher dann zur antisemitischen Gesellschaft par excellence. Der Antisemitismus wird also zur Alltagsreligion, um das in Abkünzung zum Ideologiebegriff zu sagen, also verstanden als eine äußerst flexible Bewusstseinsform von modernen Menschen, die gegen Aufklärung resistent geworden sind. Versteht man unter Wahn eine unkorrigierbar falsche Beurteilung der Realität, die erfahrungsunabhängig auftritt und an der mit subjektiver Gewissheit festgehalten wird, wie es in einer Schuldefinition von Wahn heißt, dann lässt sich der Antisemitismus als gesellschaftliches Phänomen als kollektiver Wahn bezeichnen. Im Unterschied zum individuellen Wahn ermöglicht es der Antisemitismus als kollektives Wahn-System den Einzelnen, sich in anderen Regionen nur umso realistischer zu verhalten. Adorno formulierte die These gerade dieser scheinbare Realismus eine von anderen geteilte vermeintliche Realitätsgerechtigkeit des eigenen Verhaltens, das man teilt, erlaube ihnen eine Kälte und Affektlosigkeit, die ihnen den Konflikt des Neurotikers erspart. So lässt sich die Kaltblütigkeit, die Angst- und Schuldgefühllose kalte Rationalität von Antisemitinnen und Antisemiten vielleicht ansatzweise erklären. Die Allmacht der Projektionskraft ihres Kollektivs über die Realität ist so total, dass die Realität gar nicht mehr wahrgenommen werden muss. Und daher geht es letztlich nicht um die Frage nach rationalem oder irrationalem Bewusstsein der Einzelnen, sondern eben um jene Alltagsreligion, den Wahn, den die Massen teilen. Woran besteht nun mit Blick auf den Antisemitismus die Grenze psychoanalytischer Erkenntnis? Sie kann einen Beitrag zur Analyse dessen leisten, wie sich die gesellschaftliche Gewaltgeschichte unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen in der Psyche des Individuums sedimentiert und wie die Verschiebung von Affekten und die Projektion eigener Triebansprüche in den Antisemitismus münden kann. Wie es zu Auschwitz kommen konnte, lässt sich mit psychoanalytischen Mitteln jedoch nicht analysieren. Es sind nämlich die politischen Bedingungen, unter denen das von Adorno benannte kollektive Wahnsystem gestaltet wird und die Rolle, die die Gewalt in einer jeweiligen Gesellschaft hat. Und mit Blick auf die Hamas, das genauer zu bestimmen, wäre natürlich jetzt ein anderes Thema und es wird ja auch von Autoren wie beispielsweise Matthias Künzel oder Jeffrey Herff geleistet, wo es dann auch viel um den Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie und des europäischen Antisemitismus auf den islamischen Antisemitismus geht. Sie haben es vielleicht mitgekriegt, relativ bald nach dem 7. Oktober hat der rechte britische Publizist Douglas Murray in einem aufsehenerregenden und vielfach geteilten Interview behauptet, die Nazis hätten sich ihrer Taten geschämt und die sie daher verheimlichen wollen, die Hamas aber sei stolz darauf. Das andere, das die Shoah gegenüber dem mordlustigen Pogrom darstellt, ist aber nicht die Scham, es ist die Indifferenz, die Gleichgültigkeit, die zum Antisemitismus hinzutritt, der einen verwaltungsmäßig betriebenen Massenmord möglich gemacht hat. Auschwitz basierte nicht auf dem Erregungszustand des Pogroms, sondern war, wie Jürgen Habermas es ausgedrückt hat, auf die Normalität eines hochzivilisierten gesellschaftlichen Verkehrs angewiesen. Das Ungeheuerliche ist geschehen, ohne den ruhigen Atemzug des Alltags zu unterbrechen. Und ich glaube, etwas von dieser Gleichgültigkeit drückt sich auch noch in der Kaltschneuzigkeit aus, mit der hierzulande, aber auch in ganz Europa und darüber hinaus viele auf den 7. Oktober reagierten, die keinerlei Zäsur-Szenen keinerlei Schockstarre erlebt haben und die es ihnen verbieten würde, umstandslos zur antizionistischen Tagesordnung überzugehen. Und es sagt meiner Meinung nach auch einiges über die Natur des Mitgefühls aus, dass diese Leute den Menschen in Gaza gegenüber empfinden. Ich möchte abschließend noch einmal Ruth Halperin Kadari zitieren. Sie beklagt einen generalen Mangel an Empathie Israels gegenüber, gerade auch seitens der globalen Linken. Sie habe auf die Anerkennung zumindest einer Sache gehofft, Nämlich, ich zitiere, dass das, was am 7. Oktober passiert ist, über Szenen konventioneller Kriege hinausgeht, dass wir an diesem Tag eines der schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesehen haben, das in den vergangenen Jahren passiert ist. Dass das nicht gesehen ist, halte ich für eine Form von Antisemitismus, von dem ich mein Leben lang glauben wollte, dass er der Vergangenheit angehörte. Vielen Dank. Vielen Dank.